Ich kann die Tastatur nicht mehr aufheben. Ja, ich kann meinen PC auch nicht mehr aufheben. Vielleicht, wenn ich drauf schieße. Nee, das geht auch nicht. Äh, geht auch nicht. Ich habe Schüsse bei mir. Meinst du diese Schüsse? Ja, und ich bin Dieter. Von daher. Ich glaube Moller ist es. Moller bei mir unten drin. Nee, nee, ich habe einfach nur auf eine Tastatur geschossen. Der ist bei mir. Okay, okay, okay. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von TTT mit Stellt euch einfach selbst vor. Hi, mein Name ist Josh. Ich bin der Moller, hi! Ich bin Dams, ich habe Markus umgebracht. Gut, jetzt ist es ja raus. Jetzt ist es raus, dann sage ich zumindest kurz Hallo. Aber ich bin Eno, aber ich habe runtergeschubst. Warum hast du ihn runtergeschubst? Josch! Entferne dich von mir. Jan, warum ziehst du? Jan ist immer am snipen bei Rooftop-Maps. Ich habe das Bedürfnis, wenn ich Dumbards sehe, ihn zu töten. Hey Dani! Dani! Daniel! 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 Wenn Markus sich freuen würde, würde er mir sein göttliches Zeichen geben. Wenn Markus nichts sagt, dann wollte er das. Wenn er nichts sagt, dann wollte er das. Wenn er nichts sagt, dann wollte er das. Weißt du, Schiri. Ja. Ich beobachte euch an. Ich habe einen Überblick. Warum bist du verletzt, Dani? Ich bin runtergefallen. Das habe ich bei Schiri's Almond gerufen. Was? Es gab ein paar. Hallo. Hallo. Moller ist bei mir. Ich weiß. Ja, ja. Dann war es Moller? Dann war es nicht Moller, ne? Warte, Jan, ja. Der Christ belästigt mich sexuell. Kann man mehr. Dann weißt du, was sexuell heißt. Warte mal, kann man... Nee, kann man nicht. Ist eigentlich dumm hier rumzusetzen, ne? Nee, Jan war es nicht. Es war jemand über mir. Dann war es der Christ. Ja, auf jeden Fall. Schiri voll nervös. Oh Gott. Ich habe Angst. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Dani ist da, wo Jan gerade war. Und Jan ist tot, wie es aussieht. Dann war es Chris. Nein, ich war es nicht. Hallo? Hörst du jetzt auf? Dani schießt. Warte, lass mich angucken. Dani schießt. Ja, war innocent, aber ich bin's auch. Hä? Aber du hast voll auf die drauf geschossen. Ich bin auch. Ich habe über mir gehört, dass jemand geschossen hat und jemand gestorben ist. Jetzt ist Jan über mir tot und hier war nur noch Chris. Was soll ich denn? Und da ging immer... Ja, das bin ich. Und ich habe gesehen, wie du rumgeschossen hast. Ja, ich habe ihn ja auch abgeknallt. Ähm, Moller ist tot. Ich glaube, ich habe da nie im Verdacht. Hä, Moller hat doch eben noch gelebt. Er ist doch auf dem Dach, du blöde Kuh. Schiri. Moller ist tot. Hä? Ich habe gerade mit ihm noch gelebt. Er war da gerade auf dem Dach. Ja, jetzt ist er tot. Da hinten ist noch jemand auf dem Dach oder so. Ich war es nicht. Er ist doch auch gesehen, dass der Schuss nicht von mir kommen konnte. Ich hasse euch alle. Oh. Es war aus, dass wir... Entschuldigung, ich wollte keine Leichenschänderung begehen. Ich bin ja vieles, aber kein Leichenschänderer. Ey. Entschuldigung, ich muss nur husten. Ja. Wo seid ihr denn alle? Ist jemand lebendig? Ja. 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 Ja, bitte. Das ist nett decompos, ich konnte leider nur fünf Leute machen. Einer wohnt wir… Genau! Ääääm, ääähm, fact bei jedem anders auch die, das Preparing rum? Ja. Das Preparing geht nicht mehr weiter? Ne, bei mir geht's weiter. Das ist ja so ein Anzeigefehler. Ah, okay, okay. Ich dachte schon ich spawn jetzt wieder in Luft. Oh, böse assembling hat. Ich werde von einer Sniper getötet dank Clan verso بauth. Das ist Christus, der mit einem Laptierer hat.. Es war so es war, es war so.. Weil ich konnte... Du hast... Du hast einen Schuss gehört? Ich weiß nicht was zum Schuss... Ich hab einen Silenzer-RVP genommen. Die hört man auch. Ich hab lieber mir irgendwas gehört. Ich hab's gesehen. Ich war so lucky, dass du mich nicht gecallt hast zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte halt keine... Dani ist halt immer genau da gewesen, wo jemand gestorben ist, ne? Das war halt perfekt für dich. Das war so gut für dich. Ich hatte keinen Namen, aber ich hab... Das war so unfair, ne? Oh, du hast einen Fahrstuhl. Wer ist da? Elyrian. Chris, also. Oh Gott! Nein! Leiter! Bitte nicht! Nein! Hilfe! Der ist auch richtig knapp neben mir eingestragen. Hallo Jumi! Was machst du da? Ich hab mit diesen Leitern echt ein Problem. Oh! Jan, du hast mir sehr geholfen. I have phenomenaler Schuss. Du hast mich eingebrannt! Geh doch nicht da rein! Ich war doch nicht drin. Der Detektor hat mich nicht schuld. Ich würde behaupten, Janne ist es nicht, sonst wäre ich schon... Komm, mich hier wieder runter, ohne Schaden zu nehmen? Erstmal Discombo-Party machen. Ja, du hast mich wieder verletzt. Warte, 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 warte. Und du auch, oder? Discombo-Party! Kommt man hier rüber? Warte mal. Dani, Dani, Dani. Oh ne. Dani, Dani geht hier rüber, Mann! Was ist mit Dani? Dani geht hier rüber, Mann! Bitte! Was macht die Dani? Sie geht rüber, Mann! Nein, nein! Mach die Dani! Sie geht rüber, Mann! Ich kann so die Spiele nicht machen! Es wird geportet, es wird geportet, es wird geportet. Geportet? Geportet? Ja, es wird geportet, aber ich weiß es nicht. Es wird geportet, aber ich weiß es nicht. In dem Haus hier? Da ist Dani! Ich wusste, dass ich es ist. Ich bin es aber nicht! Nein, ob sie es nicht sind, weil ich es bin! Als ob ich Dani nicht treffe! Meine Fresse! Ich bin einfach runtergefallen, Mann! Es tut mir leid, Chris, ich hab nicht gedacht... Es tut mir leid, John! Ich hab einfach nur mitbekommen, dass du geschossen hast, und hab nicht mitbekommen, dass da hinten Jan war, weil ich mich da abgerechnet hatte, was Jan so offensichtlich da rumläuft. Ja, ich eigentlich auch nicht! Und deswegen dachte ich halt so, okay, Sniper-Schuss, schieß sie drauf, und ja, leider hab ich dich instink gemacht. Das war so unser! Ja, das hab ich dann instink gemacht! Guckst du, guckst rein! Alter, äh, Dumps, ne? Mein Respekt, du hast, glaub ich, mit der E16 vier Schüsse direkt in den Row betrunken. Ja! Richtig krass! Ich wusste, meine Mutter hat damals gesagt, es bringt nichts, 200 Stunden Rainbow Six zu spielen. Jetzt kann ich dir sagen, es bringt Wunderbar's! Da siehst du's! Alter Schwede, ich hätte nur noch einen Schuss treffen müssen, und du führst einfach nur komplett das andere. Ich war mir nicht sicher auf dem Schuss, weil ich hab nicht gesehen, der zieht die jetzt auf mich. Wunder, 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 ich hab noch unterwegs einmal kurz einen Moller und one-Kick zu spielen. Ihr habt's gesehen! Das bin ich! Nein! Ich kann nicht mehr da drauf! Lass uns mich anbeten! Okay, machen wir's nochmal. Hallo! Nö! Wir müssen uns anbeten, Moller! Wir müssen uns anbeten! Moller! Hör auf! Hallo! 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 Ich geh in die Ecke! Gut! Schön! Da bin ich nochmal! Viel besser! Ohne Boppers! Voller! Voller töten! Der schießt mir ins Gesicht! Vielleicht hast du's ja. Das ist ne andere Geschichte! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss dir echt noch passen! Ich glaub ich gra- Ah! Ich hab- Ich glaub du bist tot! Ich hasse dich! Von wem denn? Oder von wo? Wo? Ich bin auf einer Seite der Map, ich wurde von der anderen Seite angeschossen! Und irgendwo in eure Richtung! Also Marc muss ganz nicht gewesen sein! Also Jan ist da hinten schon! Ich weiß wohl nicht! Ich komm hier nicht rein! Ich will hier rein! Ich hab halt nur noch... Ich hab mal noch 40 Sekunden! Hilf mir! Das ist Chris, hallo Chris! Warte, 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 warte! Was stehen? Hä? Oh Gott! Hilfe! Oh! Jetzt ging's! Mach den Kaffee nicht kaputt! Mach den Kaffee nicht kaputt! Warte! Warte! Nein! Nicht rausfallen! Wir müssen langsam! Ey! Was war das jetzt? Ah! Alter! Warte! Was steht da eigentlich drauf? Warte! Nein! Was soll das tun? What's sleep? What's sleep? Achso! What's sleep? Kann die Tastatur nicht mehr aufheben? Ja! Ich kann mein PC auch nicht mehr aufheben! Vielleicht wenn ich drauf schieße! Ab! Nee! Nee! Es geht auch nicht! Äh! Geht auch nicht! Äh! Ich hab die Schüsse bei mir! Ja! Meinst du diese Schüsse? Ja! Und ich bin Dete! Von daher! Okay! Ich glaube Moller ist es! Moller! Moller bei mir! Moller ist es! Nee! Ich hab einfach nur auf eine Tastatur geschossen! Der ist bei mir! Okay! 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 Ich hab halt Schüsse nur gehört! Und du sagst nichts mehr! Weißt du! Der Kreuz halt! Ich hab's nur gesagt wie es ist! Ja! Aber ich kann sie nicht identifizieren! Magnus könnte aber Magnus... Was ist das hier? Achso! Ja! Weil du dahinten... Du bist einfach Müll drin! Ja! Ich bin der Müll! Das war jetzt auch falsch! Ich lebe die jetzt erstmal bitte! Ja! Die Munition! Die kann man bewegen! Molle! Warte! Das ist ne Runde! Eine Runde Smokin! Okay! Geil! Warte! 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 Ja! Wir sind immer noch da! Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich hab... Okay! Also! Wenn ich da nicht sehe, schieße ich sie aber ab! Das möchte ich mal so sagen! Ja! Das würde ich auch tun! Also wenn sie nicht wirklich... Was? Sie runtergefallen ist... Was hast du gesagt? Ich glaube wir sind die Letzten! Oh nein! Also ich... Ich lebe noch! Die Letzten Indos! Ich weiß nicht wo wir hier rauskommen! Wir legen über Gegenstände auf den Boden! Ja! Ich hätte behauptet... Ja! Jan hätte mich eben... Äh... Magnus! Warte das! Das ist Yoshi! Oh! Guck mal! Da hinten ist Jan! Ah! Wir machen lieber die Türsten! Okay! Ich wollte das nicht rauskommen! Ich bin halt gierig! Diese Versuchung! Aha! Ich habe Angst vor Yoshi! Ich will das nicht! Danke! Siri ist tot! Aber ich hab sie nicht verloren! Hier hat sich jemand gehalten! Ich glaub das ist irgendwo hier bist du gestorben! Ich glaub das war eine Schrotflinte! Das... Das klang auch super nach einer Schrotflinte! Also Jan hätte auf mich schießen können! Also die Dinge die ich gerade gehört habe das waren eindeutig eine Schrotflinte! Okay! Dann äh da ich Jan gesehen habe und du es glaube ich nicht war's... Nee das ist nicht! Waren Dumps und Moller einer von den beiden! Oder beide! Wir haben noch keinen... Ja oder beide! Okay! Okay! Es kann natürlich auch beide sein! Stimmt! Wir haben noch keinen Confirmed T! Also es sei denn, Dani war incompetent! Oh! Achso das ist ja schon okay! Das ist auch eine Möglichkeit! Joach, ich vertraue jemandem! Ich vertraue ihm! Ich habe trotzdem meine Türe zu! Das finde ich jetzt aber nicht nett! Den hast du eindeutig versetzt mein Freund! Das ist aber... Das ist aber wirklich schief gegangen! Ja! Der sollte auch nicht gehen! Aber offensichtlich ist... Magnus ist tot! Magnus ist tot! Haben sie vielleicht einen Moment Zeit um Jesus Christus, unseren Erlöser zu reden? Ich bin Jesus Christus! Was ist denn? Und Mollers Gewissen! Gleichzeitig! Nein! Verdammt! Kameras ist so nicht mehr raus! Nein! Okay, äh Shiri! Shiri deine! Ja! Ich hoffe es hat euch gefallen! Bis zur nächsten Folge! Und schaut mal bei den anderen vorbei! Tschüss! 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 Abonniert meinen Kanal! Danke! Warte! 2, 2, 1...